Ich bin hier mit meinem Freund Karl. Hallo! Und jetzt schauen wir heute unsere Catgars vor. Also das ist mein Catgars. Meins ist natürlich das Bessere. Nein, was laberst du denn? Meins ist natürlich das Bessere. Mit Blaulicht hier. Licht natürlich normales. Hier das ist mein Catgars. Der labert ohne Kaffee. Mit so einer Rumruchte, ja. Und hier so ein Scheiß. Das ist mein geiles Catgars. Also so geil ist es auch nicht, aber egal. So, ja, hier so. Gucken. Also ja. Und so sehen die beiden von hinten aus. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Und von vorne? Ja. Es kommt ein Auto. Wir, das will jetzt hier lang. Ich fühle mich nicht lang. So, ja. Also sonst ist ein bisschen dreckig. Ja. Also ich würde mal sagen. Ich würde mal sagen, abonnieren. Abonnieren uns. Abonnieren uns. Und den Daumen nach oben. Genau. Und den Daumen nach oben. Und dann bis die Tage. Tschau.